Flexibel, zuverlässig, pünktlich. Das ist Getränke Seuca in Kleptow. Mit der neuen Lagerhalle sind die Bedingungen vor Ort noch besser. Die stetige positive Geschäftsentwicklung sowie eine deutlich wachsende Innovationsbereitschaft unserer Industriepartner in Bezug auf die Entwicklung neuer Sorten und neuer Gebinde sorgt dafür, dass mehr Platz für die Lagerung von Voll- und Leergut notwendig wurde. 100 Meter lang, 40 Meter breit und 10 Meter hoch. Innerhalb von 14 Monaten Bauzeit ist die neue Halle bezugsfertig. Das, was so leicht und unkompliziert wirkt, ist in der Realität mit enormen Herausforderungen vor und während der Bauphase verbunden. Dazu gehören wie bei jedem Bau die Koordinierung der Gewerke, das Vorliegen aller notwendigen behördlichen Erlaubnisse und Duldungen, aber vor allem der erfolgreiche Weiterbetrieb des eigentlichen Betriebes unter den dezimierten Bedingungen. Rückblick. Los geht alles im Frühjahr 2017 mit Regenrückhaltebecken, Zufahrt und Lagerflächen. Der eigentliche Baubeginn der Lagerhalle erfolgt dann im November 2017. Ein besonders nasses Jahr mit Überflutungen des Geländes. 2018 folgen dann weitere leichte Rückschläge, als zum Beispiel Probleme mit dem Brandschutzkonzept auftreten. Dann kommt der Jahrhundertsommer. Von April bis Oktober 2018. Trockenheit, Hitze und Hochdruck. Das Geschäftsvolumen steigt in dieser Zeit in bisher unbekannte Dimensionen und stellt die Logistik vor viele Herausforderungen. Platz ist rar. Und dennoch, am 10. Dezember 2018 ist die Halle fertig und seit Januar 2019 voll in Nutzung. Lohnenswerte Anstrengungen. 21 Regalreihen. Modern, strukturiert bestückt und ideal zugänglich. Die Lagerkapazität umfasst nun bis zu 2000 Kommissionierstellplätze auf Bodenhöhe und noch mal ein Vielfaches an Platz in zweiter und dritter Ebene als Vorratsstellplätze für Fässer, Kisten und Flaschen. Der große Vorteil besteht aber darin, dass das Kommissionieren nahezu vollständig in erster Ebene erfolgen kann. Die Kapazität ist mit der Erweiterung um 100 Prozent gestiegen. Mehr Platz ermöglicht mehr Ordnung. Mehr Ordnung ermöglicht das ruhige und vernünftige logistische Arbeiten. Die Fehlerquote zum Beispiel in der Kommissionierung konnte bereits spürbar gesenkt werden. Aber vor allem hat sich die Kommissionierleistung im Vergleich zum letzten Jahr bereits deutlich gesteigert. Jeder Kunde ist individuell. Eingehende Bestellungen werden effizient bearbeitet und zugestellt. Nachdem wir im Dezember 2017 ein neues in der Branche etabliertes Warenwirtschaftssystem eingerichtet haben und nun über diese neuen großzügigen Lagermöglichkeiten verfügen, sind zwei wesentliche Voraussetzungen für erfolgreiches Arbeiten in der Zukunft geschaffen worden. So konnte der notwendige Freiraum entstehen, die weiteren wichtigen Herausforderungen der Zukunft anzugehen. Diese sehen wir für uns vor allem in der Digitalisierung, dem Klimawandel und vor allem auch im demografischen Wandel. Insgesamt 150 Mitarbeiter zählen zum Unternehmen, davon allein 80 in Kleptow. Ein starkes Team in einem starken Unternehmen. Getränke sind wir. Getränke Sorka. Beidemann mit dem Funuum von